Ich bin bereit Also Missionen, wir müssen da zum Merryweatherport am Hafen und uns da durchballern und den Heli stehlen Ja, Thomas darf wieder fliegen Ach, darf ja, ist cool Also, zwei können ja an der Geschütze und einer auf dem Beifahrersitz und da gibt's auch, glaube ich, ein Geschütz Wo ist denn mein Auto? Ja, jetzt lass mal geschlossen da hinfahren Mein Auto Ich will, ich will, ich will nach vorne Ach, ich muss nicht Oh, Leute In der Zeit hätten wir jetzt auch noch die Plätze wechseln können, Berti Nein, bitte dich halt hinten Bei mir ist das voll am rumlegen Tito Bei mir fährt Thomas nur im Kreis Ja Voll am rumlegen Was? Na ja, das könnte sein Dann kommt wieder Christian Ja, jetzt ist bei dir und Christian genauso wie bei der ist und mir So Machst du was im Internet? Setz was runter? Eigentlich nicht Ja, weil Thomas auch nicht mehr so viel zu Hause ist Ich glaube, das hat sich bei uns auch relativ gebessert jetzt, Dennis, ne? Ja, aber das ist jetzt gut Und dann ging gar nichts mehr Manchmal ist das sogar, wenn Dennis was downloadet, dass ich dafür nicht mehr was merke Ja, ich kann alles machen, ich kann, also im Moosbau kann ich downloaden, uploaden, tocken Was sieht die Leitung noch nicht? Ja, da hast du ja auch ein bisschen mehr Du bist bei mir am Extrem am rumschlittern Ich bin gerade seitlich gedriftet in die Wand rein Und da einfach zack wieder aufhören Du hast was Der pingelt bei uns eigentlich immer die ganze Zeit konstant Ping, 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 ping No, no, alter, what the fuck, ey Bei mir bist du nur am rumhüpfen Und dann sind wir irgendwo reingebrettert Und dann bist du wieder auf der Straße Wir sind irgendwo reingebrettert, tatsächlich Ja, das kann ich nicht beurteilen Aber dabei habe ich selber nicht gerechnet Aber dabei habe ich selber nicht gerechnet Pile oder was das war? LOL Sieht richtig komisch aus Ja, fast Nice Ich dachte jetzt eigentlich, das werden wieder Legs Bei mir bist du da links in dieses Häuschen gefahren Und jetzt sind wir wieder auf der Straße und fahren nochmal weiter Bei mir bist du da links in dieses Häuschen gefahren Und jetzt sind wir wieder auf der Straße und fahren nochmal weiter Maskar aufsetzen LOL, das sind Enemies Warte, kannst du einfach durchfahren? Fahr einfach durch Fahr durch, fahr durch, fahr durch Jaaaa Aber wie standest du gerade? Das geht nicht so schnell Halt dein Maul Hier sind mir niemal viele Kommt auch ein Heli Alter Versuch gleich den Heli kaputt Das ist ja für massive Typen ey Bugger Nox Ziemlich witzig, wenn wir uns da durchgeballert hätten Oh ja Ja Warte durch wie geht Ach denn da ist ein Tank Wer ist da rausgesprungen hier? Naja ich ne Alles cool Oh die Tür zu Ich werd voll abgeschossen, Dennis, hilf uns doch mal jetzt Moif und tot Und wenigstens Jaaaa Nice Den ist toll Was war das denn jetzt für eine Aktion? Warum springst du da raus? Aber wie willst du das denn? Was sollt ihr das denn? Wollt ihr das denn? Wollt ihr das denn? Wollt ihr das denn? So schwer ist das nicht Man ey Ich hätte nicht gedacht, dass du jetzt die ganze Zeit nur rumfährst Fahr durch, fahr durch, fahr durch Was? Ich hätte nicht gedacht, dass du die ganze Zeit nur rumfährst Ich hätte gedacht, wir bleiben da stehen 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 aus, machen die da weg Da war ein Tank Das hat der Dico schon ganz richtig erkannt Au, das hat Dennis gar nicht gesehen, ne? Ich nehm mir auch auf mich, dass das mein Fehler war, okay? Ja hoffentlich Hoffentlich ey Du hast das gerade auf mich geschoben, dass ich nicht stehen geblieben bin Ich hab mir nur gewundert, warum ihr nicht aussteigt und weiter fahrt Ja, weil da ein Tank war Seine Maske nicht rein Wollen wir den erst kaputt machen oder was? Dann können wir auch ne Barrikade bauen Okay, dann fährt jetzt jeder sein Haben wir alle das gepanzerte Teil? Ja, siehste Dann fahren wir jetzt mit allen Mopeds da hin Let's go, schön gutterbunt, außer Dennis Ich fahr jetzt weiter Okay, jetzt ritter Was machst du denn? Fahr doch Okay Hey Das ist grad echt fast and furious mäßig ey Oh, du musst das ja auch Ich drück dich da durch Ja Ferti Nico, was tust du? Ich bin halt gegen geheizt Jawohl, du heizt mir doch noch hinter rein Der Tank ist immer noch da, ne? Ja Ja Boah Alter Ja komm, komm hier noch mehr rein Versuch doch auf die Leute zu schießen Ich will hier nicht neben dem Tank stehen Da hast du eigentlich recht Warte Alles zu unsafe hier Wieso geht der denn nicht hoch? Ach, geht doch Ne Heli, ich mach den Heli down Alter, der Heli hat mich grad fast in der Augen gemacht Leg den Heli down Kann ich nicht Auf nem Auto Wieso kannst du das nicht? Ich seh, wakke Wakke Ich bin drin Okay, warte Wollt ihr mit oder nicht? Ja, wir wollen mit Ich bin auch drin Ja, mach mal hin, weil da kommen drei Hubschrauber Okay Bin drin Ja Bin drin Ich weiß gar nicht, wie er dick schießt Du kannst nicht schießen Kann ich auch was machen oder schießt nur ihr? Nur wir schießen Ja doch, du kannst eigentlich auch schießen, oder? Ah ne Dennis, du hast das vor drüber geschützt, oder? Ich hab vorne, ja Ja Ich weiß nicht, wo ihr seid, wie ich fliegen muss, damit ich nicht Ich seh, wenn ich nur erstmal die Heli spotte dann Äh, habt ihr begrenzte Munition, oder? Ja Ja, das kann nur, glaub ich, überhitzen Hier mal ein Ego-Modus Von links kommt einer Links Links unter uns, wer ist da links? Ja, ich Ja, ich Ja, ich kann da nicht, ich kann nicht so weit runter Ich kann da nicht hin Ich kann da nicht hin Kannst ja drehen Ja, ich kann da nicht hin Der ist über uns Wie rechts über uns ist der jetzt? Auch einer Ja, ist das auch einer Alter, wo ist der? Okay, ich versuche jetzt den links zu holen Der ist unter uns jetzt, wo ist der? Ich seh ihn nicht Jetzt ist er rechts von uns Ich werd gehittet Seh den nicht Der ist kaputt Loi Wo ist das andere? Ich bin Ja, über uns Über uns Ah, ich seh ihn Ja Rechts weiter Ah, ich seh ihn nicht mehr Ja Wo ist er da? Ja, die rechte Seite schießt einfach nicht Nein Ich hast ihn nicht gesehen Kreuzfeuer Ach, Berti ist das da vorne Unter uns ist noch einer Hab den von vorne zweimal gelegt? LOL Alter Ich seh den nicht mehr Ja, wir brennen Das ist Wir sagen, das war's, ne? Wo ist der andere? Leute, wir brennen Wir brennen einfach nicht Ja und? Ja, ja und Alter, der hat aber Was ist der? Ach da, ich seh's Wir brennen doch nicht mehr Ah, der kommt nicht Kann nicht so hoch Komm nicht so hoch Jetzt Oh Gott Hab ihn Wow Wow Weiter unter uns, aber Ich hab, wenn ihr die ganze Zeit nur in meiner Kamera seht und seh nichts was außen rum Alter Ah, ich seh ihn hinten blinken Toll Geht ja gar nicht weit Alter, sieht voll cool aus, wenn ihr nach vorne schießt Ja, die macht grad Kreuzfeuer, Alter Sieht mir geil aus Aber ihr müsstet auch treffen Sonst für im Arsch So weit gehen meine Kugeln nicht Ich seh den nicht richtig Meine Kugeln gehen nicht so weit Irgendwo muss ich sein Auch nicht Unter uns Links Oh Hinter uns Ahhhhh Wer hält denn da links die ganze Zeit gedrückt? Ich Oh mein Gott Oh, das war der Heckrotor Ich glaub, ich hab den getroffen Ja, der Heckrotor hat er getroffen Und er geht ab Das ist voll cool das, der Helikopter Der ist mega geil, was kostet der? Kann ich mir den Kausen? 3, irgendwas Millionen 3,9 kostet der Ohne die beiden Seitengeschütze kostet die 1,9 Ja, aber ich will Wender mit den Seitengeschützen Die sind ja die geilsten Ja, ne Das richtige Das richtige Da Ey, könnt ihr alle 3 schießen? Ja Ach, einer schießt vorne die Bordkanone Genau Das bin ich Aber du hast halt einen Sehr eingeschränkten Winkel mit dir Und auch eine sehr eingeschränkte Reichweite Also ich nicht Also Reichweite weiß ich nicht Aber der Winkel ist an sich so von vorne nach hinten Richtig Richtig Alter, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Auf andere Seite des Alamosis Da wo wir die Humvees auch hingebracht haben Man, der war auch zu schießen Da gehen wir auf den Sack hier Ja, das ist langsam echt mega nervig Ich find's geil Da wo's Dampf Da Lol Ey Wir drehen um Ne, das hat keinen Sinn mehr Alles klar Na toll Niko Ohne Scheiß Mein Charakter sieht gerade irgendwie aus wie dieser Sniper von Team Fortress 2 Versuch nicht abzulenken Ey Thomas, ist gut, dass du umgedreht bist Jetzt hab ich 200 RP durchfliegen Hab ich auch Danke Thomas Der Retter Hoffentlich hat Niko das nicht gekriegt Alter, der Okay, jetzt sollte ich doch landen Der setzt aus Ja, dann wär das so langsam Aber nicht schießen Das nervt Ja Also, ich kauf mir den Helikopter Okay, okay Ja, ja Hat der echt Aussätze? Ja, hat der Ja, dann muss er gleich mal der Mechanik Der kann auch alles reparieren, Alter Ja Ohne Ohne Beste Landung Wup 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 Jetzt Verti-Landung BOM Nächste Verti, so macht man das Das war das alte Landung Ey schon immer dieselbe Da ist der Mechaniker Ey klar, du kannst doch nicht jemand anderen nehmen Je mehr involviert sind, desto schlechter Aber die haben doch gerade fast den EMP fallen gelassen, also bitte Nee, das waren andere Bobbys Oder? Waren die das? Nee, das waren die Was brauchst du schon? Ich hab locker Easy Easy Platin war Das kommt, weil ich den einen Heli kaputt gemacht hab Ich hab auch einen kaputt gemacht Aber nicht so viel wie ich Nee, ich hab einen kaputt gemacht, ich hab auch einen kaputt gemacht Ich hab mehr kaputt gemacht Wow Ja Eine und eine wieder Supermama Du 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 War voll cool da mit den Kuromas durchzufahren Das war echt ein bisschen nützlich Bis Nico gegen das Ding gefahren Ja bis auf das Ende, Alter Da ballert Nico dreimal in mich rein und ich kann nicht richtig aussteigen Ich dachte wir machen so eine geile Wand daraus Nein Ja hab ich auch gedacht Nico ballert mich da weg Ja, ihr wart da alles so quer durcheinander Ja, weil ich nicht gedacht hätte, dass Dennis wieder in Richtung Tank fährt Ich mag Er mag es Benzin zu schnüffeln Dennis braucht diesen kleinen Kick, der ist wie Hannibal Smith Immer so ein bisschen gefährlich auch Ich lebe gefährlich Und hinterher, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert Bei dem Equipment, was wir die ganze Zeit versorgt haben, könnte man das echt schon sagen Fast schon AT-mäßig Mit Fast, der kommt, der Fast Furious kommt, äh April da Ja Wann denn 10. oder was? 15. Uh Oder 5. irgendwas mit 5 Oh, bei mir seid ihr rausgegangen Lade mal wieder nach Lade bei mir Tito 2 3 3 3 5 3 4 5 4 5 7 20 Ab Them 4 What the fuck? Da fuck? Nuuuuuushuuuun Ich bin in der Lobbyseite und lad mich rein Bin ich aber rein, ey, ich bin mein Alter, ne? Hab ihr auch gesagt, wenn Ja, bin ich aber noch nicht Ludi du, ich fahr durch die Gegend, Ludi du, ich geh am Strand, du 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 du, ich geh am Strand, du 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 du, ein bisschen zu Amunation, na Und rechts ab Komm, ey, da sind wir ja da, steht doch direkt ein Quad vor der Tür Jetzt bin ich auch in einer Oh, jetzt stehe ich hier ganz alleine Oh, jetzt stehe ich hier ganz alleine Oh Bin ich bei euch dem wenigstens Continue Setup, angenommen Bin in den Wolken Ist jetzt der fünfte oder der vierte? Der was? Vorbereitungsding Lass mal überlegen, EMP mit dem Hydra Heavy, Humvee meine ich Naja, den gerade, ich glaube jetzt ist der vierte Ne, jetzt ist der fünfte Kontaktpersonen hatten wir noch Keycodes hatten wir ja Deliver EMP Kriegt die wohl Ärger, die sie uns die Codes gegeben hat? Weiß ich nicht Warum sollte Man sollte man annehmen, wahr? Ich mein Die Feds waren ja direkt am Start Ja, darüber diskutiert die jetzt mal bitte Dennis, warum sollte die denn Ärger deswegen kriegen? Weiß ich, weil die vielleicht super geheime Codes an uns weiterverkauft haben? Das ist ja Quatsch Also Nico heißt jetzt Dennis Damit haben wir doch nichts Schlimmes gemacht, oder? Noch nicht Nö, nö, nö Aber wir haben die ja bekommen Okay, also ich notiere mir Nico heißt jetzt Dennis Nö Oh oh, ich hab Scheiße gebaut Nein, doch nicht, alles cool Ich hab fast Scheiße gebaut Fast Startgelock, oder? Nee Du hast überaus Versehen automatisch eingeladen Wah, nee Okay, halt ready Wenn jetzt keiner Nein sagt, dann drück ich einfach Start Ich bin bereit Ja Okay, hat niemand Nein gesagt